Hänsel und Tränen war liebendlich im Wald, das war so finster und auch so bitter, kalt. Sie kamen an ein Mäuschen, was schmeckte ihnen Wut, ja es gab eine Frau, die hatte sehr viel Wut. Hallo, ich bin Paris Hilton und hallo, ich bin Thomas Gottschalk. Will ich mal Gummelschen heute in den Knast? Los, wir fangen an mit dem Essen. Vielen Dank für Schuh und Seifeschwamm und Schuh und Seife und Amen. Ach, warum, Paris? Nein, ich mache eine Diät, damit du noch viel schöner und dünner werden. Du bist doch schon so dünn. Ich will aber noch dünner und schöner werden, das kommt mir wieder an die Worte. Ich habe schon wieder Schuhe mit Seif, ich habe mich so... Hier, 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 hier. Mach die her aus der Müllkippe, oder? Nein, die habe ich selber gemacht. Ich brauche keinen letzten Auftritt angeraten. Mensch, das ist aber jeder zum Quatsch, was du machst, Mensch. Nein, ich muss immer schöner werden. Ey, ihr müsst doch mal, ihr müsst doch mal ein bisschen schöner werden. Ja, hol, ihr wollt, ihr müsst doch mal schöner werden. Und schau mal, dass ihr wisst. Ich bin hier, wir ist doch mal. Kinder, Familie, ich muss jetzt ernst werden. Oh ne, wir schon wieder. Ruhig. Selber. Also, ihr müsst weggehen, Kinder. Ihr müsst ausziehen von hier. Ist ja nicht so schlimm. Ihr bekommt aber keine Gummibärchen. Oh ne. Denn diese Dinger für früher oder später zu B&E und Tiefelbeter. So, jetzt kannst du in den Knast gehen, meine Schatten. Ich wollte wieder die Schuhe zu retten, das. Das, da kann man nicht. Nein. Ich bin da, 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 ich bin da. Ich bin da, 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 ich bin da. Die haben eine Gummibärchen. Ach, es ist so kalt. Warte, lass mich bei dir unter den Haaren. Los, ihr müsst jetzt gehen. Tschüss. Ja, tschüss. Wollt ihr noch Gummibärchen? Ja! Ihr bekommt aber keine. Ensel, das ist ein Baum. Ich glaube, wir sind im Wald. Oh, da haben wir uns verlaufen. Hallo, ich bin bereit. Ich bin bereit. Guck mal, da ist ein Baum. Guck mal, da ist ein Baum. Guck mal, hier ist ein Baum. Gib mal an. Hey, das ist doch ein Pfefferkuchenhaus. Oh, das ist ja wirklich ein Pfefferkuchenhaus. Das ist echt Dresch. Da wohnt bestimmt eine Hexe drin. Wollen wir mal fragen, ob wir rein dürfen? Oh, das ist ja wirklich ein Pfefferkuchenhaus. Ist hier jemand zu Hause? Hallo. Eine Hexe... Oh, kommt rein, Kinder. Ein Gummibärchen. Mhhh, die schmecken gerne Pfefferkuchen. Hier, Schuhe von Sarah Connor. Oh, nee, ich hab schon wieder Dreckschuhe. Hier ist von Michael im Banner. Und jetzt, ihr esst ja nur, Kinder. Hier, lecker Schuhe. Damit ihr auch schön was auf die Rippen kriegt. Nein, ich geh nicht. Weil, ihr sollt ja auch so Kraft kriegen und groß und stark werden. Die Schuhe sind frisch gekauft. Kinder, ihr seid ungernbar. Au, au, au. Dann müsst ihr wohl eingesperrt werden. Ihr werdet jetzt eingesperrt. Ihr werdet von Schuhen verschanzt. Nein! Oh, jetzt kommt ihr in die Rippen raus. Oh nein, die Hexe hat uns ja eingesperrt. Oh nein, ich bin wieder raus, Hänsel. Ich auch, Hänsel. Hier, lecker Schuhe. Ahhhh, ihr geht nicht. Ich hab den Sack von den Schuhen. Ich auch. Hallo, Südkontrolle. Na ja, da fehlt noch ganz schön was auf die Rippen. Ja, na ja. Bis ich hier gefüttert muss sie auch werden. Ich auch. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt da was. Guck mal, wie fett wir schon sind. Ja, genau. Ich glaub, wir müssen uns, wir müssen was vorlegen. Beim nächsten Kalorien, äh, das müssen wir in Schuhen halten. Dann denkt ihr, wir sind ganz dünn. Ja, dann machen wir jetzt. Achtung, Kalorienkontrolle. Na, was habt ihr denn auf den Rippen? Äh, da haben wir ja den Tag genommen. Was habt ihr denn gemacht? Ihr habt euch wohl wie eure Mutter Fett absaugen lassen. Na gut, dann werdet ihr wohl noch ein paar Monate hier bleiben müssen. Okay. Kalorienkontrolle beendet. Achtung, Kalorienkontrolle. Ihr lebt ja immer noch nicht zu. Was wollt ihr denn, Kinder? Warum lacht ihr so? Als straf wohl nicht die Weifel, das sieht euch aus vor. Da wird euch schon das Lachen vergehen. Aber das ist immer Kupf. Ein Sturm wird auch den Namen dreht. Und über den ihr bewegt, den schenk ich dir heut Nacht. Ein Sturm. Ich glaube, es ist vorbei. Gut. Puh. Puh. Achtung, Kalorienkontrolle. Ihr habt die Tür noch nicht zugenommen. Jetzt reißt es aber. Jetzt kommt die mit und ihr kommt beide hin draußen. Nein! 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 Ahhhh! Ich habe so Bauchsmärchen! Ahhhh! Klingelingeling! 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 Ja? Ja, hallo! Hallo, wer ist denn hier dran? Die Hexe! Echt Hexe? Na, wie geht's so? Wo sind die übrigens unsere Kinder? Ja, die liegen hier auf dem Tisch. Echt? Frisch gebraten. Boah, echt? Kann ich da vorbeikommen und mit essen? Ja, komm vorbei. Ja, wann denn? Bring da eben neuen Harry Börs mit. Juhu! Ah, ich hab ihn mit extra Alp gefüllt. Du musst aufpassen. Ey, klar, doch. Na ja, was soll ich denn vorbeikommen? Heute Nachmittag um drei, okay. Um drei, gut. Ah, sind die denn schon kalt? Wir sind jetzt schon frisch auf dem Tisch liegen. Ja, keine Ahnung. Ich tu sie frisch braten nochmal, warm auch in der Mikrowelle. Okay. Aber Paris kann mitkommen und sitzt im Knast. Oh, man. Okay, ich komm mit dem Besen vorbei. Ich hole dich ab. Ja, gut, dann ciao. Oh, ist so nett, dass ihr uns eingeladen habt. Hier ist Paris. Ach, die ist noch im Knast. Die haben sie gerade eingebuchtet für zehn Jahre. Na gut, es kommt gut zu essen. Oh, ja. Ein Gummibärchen. Ich hole mal das Besteck. Ja, mach das mal. Nein, 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 nein. Ja, das haben wir wieder gut hingekriegt. Hänsel und Gretel schmecken super. Ja, ich wusste auch, dass es aus meinen Kindern was wird. Hänsel und Gretel, die liegen auf dem Tisch. Sie riechen lecker und sind auch knallknackfrisch. Hallo Frau, hey Herrenschätzchen. Hallo. Hier, ich hab dir das Bück gebracht. Ein leckeren Schuh. Was ist das? Will ich mir da auf dem Elb? Ich hab einen Schmack, einen Kallzug. Ach, warum? Ich bin so schnell Auto gefahren. Ich bin so schnell im Karten Auto gefahren. Ich bin so schnell im Karten Auto gefahren. Ich bin so schnell im Karten Auto gefahren. Ich bin so schnell und durfte die Rien gefahren. Warte, ich hab jetzt mal einen Anruf. Ja? Ja, hier ist mein Gottschalk. Ja? Mach das mit den Gummibärchen, die sind schon wieder ausverkauft. Ja, neu produzieren, okay? Dann, ja, gut, ich muss vorbeikommen. Tschüss. Ja, ich bin doch kein Kind. Dann los. Ach, die sind gegessen. Ja, die waren wirklich lecker, die waren wirklich lecker. Die waren wirklich lecker. Die waren wirklich lecker. Dann geht die auch. Vielen Dank.